Hallo zusammen, mich ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief-Man-Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg aus Patch 10.2 und zwar finden wir den einmal unter Quests und dann Dragonflight und heute wollen wir uns den Erfolg anschauen voller Hinweise so rum. Und dafür müssen wir folgendes machen, arbeitet mit Nierubin zusammen, um informationsreiche Hinweise zu finden, während ihr Aufträge der Archive von Azeroth auf den Dracheninseln Nachforschungen betreibt. Und ja, dafür müssen wir so astrale Viecher umboxen und die können anscheinend in verschiedenen, kann man in verschiedenen Wegen das Ganze machen. So wie ich das mittlerweile mitgekriegt habe, können die unter anderem hier anscheinend unten bei dem Event spawnen, also beim großen Buddeln, das jede halbisch oder immer zu vollen halben Stunde ist. Dann kann man einmal extra Worldquests freischalten, die ich jetzt aktuell noch nicht freigeschalten habe, da kann man es anscheinend auch machen. Oder man macht den ein bisschen cheesigen Weg, den ich jetzt hier bestreite und zwar bin ich gerade bei der Questreihe, wo man dementsprechend diese Worldquests freischalten kann. Das Ganze startet in Waldracken, das habt ihr vielleicht schon gesehen, hier in dem Gasthaus auf den Koordinaten, ähm, ja gut, jetzt ist da mal ein anderes Addon drüber, aber es ist glaube ich 4747 etwa. Also hier im Gasthaus ist an der Säule so ein Banner. Das schickt euch einmal hier hoch, ne, zu unserer neuen Ruf-Fraktion und dann kriegt ihr da zwei Folgequests. Bei einem müsst ihr immer so eine Brille aufsetzen und beim anderen müsst ihr immer buddeln. Und ich habe jetzt quasi hier den Spot schon fertig, dann musste ich glaube ich hier hoch mit der Brille, beziehungsweise mit dem Buddeln hier einmal nach Onara. Und als ich die beiden Spots fertig hatte und hier wieder zurück nach Taldrassus durfte, habe ich hier noch ein bisschen was zusammensetzen müssen. Und dann geht es einmal auf die Verbotene Insel. Und dort befinden wir uns jetzt gerade. Die erste Quest, die wir dann auf der Verbotenen Insel bekommen, ist von diesem kleinen astralen Eichhörnchen. Und, ähm, die können wir annehmen. Und dafür müssen wir so Hinweisen nachgehen. Und, ähm, ja, hier seht ihr, es sind schon ein Haufen so astrale Viecher, die rennen hier da los. Und jetzt haben wir hier in dem Gebiet die Möglichkeit, quasi so Hinweisen nachzugehen. Wir können das jetzt mal kurz machen. Also da haben wir dann so einen Extra-Button, den können wir einmal anklicken. Jetzt haben wir aber auch die Möglichkeit, dass wir oben in einem Gebäude, ähm, uns so ein großes, ähm, astrales Viech beschwören können. Was hier für das Achievement quasi 1 plus gibt. Na, und zwar ist das einmal hier hinten, da ist so eine Laterne, die können wir anklicken. Und, ähm, dann kommt hier so ein Mob raus. Ja, und der bringt auch Prozente. Wir können aber auch, äh, den Schlachtzug aktivieren. Und dann müssten wir diese Lampe immer und immer wieder quasi anklicken können. Ja, das hätte ich jetzt vielleicht machen sollen, bevor ich, ähm, na gut, jetzt muss ich es abbrechen. Aber ihr seht, das hat jetzt 1 plus gebracht. Also ich habe zwei Optionen, wenn dann, ihr brecht die Quest immer wieder ab und holt die euch neu. Oder ihr macht vorher einen Schlachtzug und könnt das immer wieder beschwören. Ihr könnt es natürlich auch im Nachgang dann über die Worldquests machen, beziehungsweise über das Event. Aber hier könnt ihr halt in einem Aufwasch direkt das Achievement voll machen. Und, ähm, müsst dann halt nicht, äh, die Viecher suchen gehen, ne. Also es ist, denke ich mal, ein bisschen entspannter. Dasselbe oder einen ähnlichen Cheese habe ich euch ja auch schon bei einem anderen Erfolg gezeigt. Da kann man das relativ ähnlich angehen und halt auch die ganze Zeit durchballern. Ja, habe ich es jetzt verkackt, oder? Jetzt habe ich es vorher irgendwie, äh, jetzt ist es irgendwie nicht mehr da. Das ist schwierig. Ich glaube, das letzte muss ich jetzt anderweitig zusammenkriegen. Ich hätte es, glaube ich, nicht anklicken dürfen, während ich nicht in einem Schlachtzug war. Ja, aber prinzipiell sollte es so funktionieren. Jetzt muss ich halt das letzte, ähm, anderweitig fertig machen. Aber ich habe dadurch jetzt 19 von 20 holen können. Also doch relativ gut. Beziehungsweise jetzt hat es hier noch ein anderer beschworen. Vielleicht zählt das auch noch mit rein. Ah, perfekt. Also macht am besten, bevor er es anklickt, einen Schlachtzug auf. Ähm, sonst könnt ihr es nicht nochmal aktivieren. Aber wenn es jemand anders beschwört, dann scheint es auch zu zählen. Und, ähm, ja. Dann sind wir tatsächlich auch, ähm, fertig. Beziehungsweise, ich sehe gerade, wahrscheinlich, hätte ich hier den Start erstmal machen müssen. Einmal. Dass wir, äh, ne, da ist auch nichts mehr da. Aber ich habe jetzt den Balken gar nicht. Ich muss, glaube ich, erstmal einmal so ein, so ein Ding rausholen, dass es erst zählt. Wahrscheinlich ist deswegen das Horn nicht am Start. Ist das, was ich meine. Aber das gucken wir jetzt einfach nochmal. Ich glaube, ich muss dann nämlich kurz stehen bleiben, bis, äh, die Viecher weg... Ah, Moment, ich darf hier noch keinen Schlachtzug drin haben. Ähm, ich glaube, das ist das Problem, dass, weil wir das, äh, Horn oben nicht gesehen haben, wo wir es anklicken können. Ja, ich brauche erst diesen ersten Hinweis und dann darfst du, glaube ich, lostigern und musst, ähm, einmal den Schlachtzug aktivieren. Da hatten wir es, glaube ich, falsch rum gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob es jetzt wieder da ist. Dass ihr es auch richtig seht. Und, äh, ja, seht ihr, jetzt ist es da. Also, jetzt müssen wir quasi den Schlachtzug und dann kann ich es auch immer weiter beschwören. Okay, das war der Fehler. Gut, haben wir das auch geklärt? Dann, ähm, ja, gibt es eigentlich nichts weiteres zu sagen. Ich zeige euch den Spot jetzt hier oben mal. Das sind die Koordinaten 53, 36 und zwar auf der verbotenen Insel. Aber, ne, wenn ihr die Quest habt, dann wisst ihr eh, dass ihr dahin müsst. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Chief-In-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tillar, bis zum nächsten Mal. Ciao.